Der Tropensommer erschlägt voll zu. Vor gut einer Woche gab es noch nasskaltes Wetter, nur 10 bis 15 Grad am Tag. Nun haben wir nachts teilweise diese Temperaturen und tagsüber deutlich höher. Gestern gab es einen Hitzetag und dazu war es zum Teil unerträglich schwül. Hallo und willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Freitag. Ja, auch der heutige Freitag ist wieder ziemlich unwetterlastig. Es gibt schwere Gewitter, zum Teil mit Sturzfluten, mit Schlammlawinen, mit Hagel und auch mit Sturmböen. Hier und da können Straßen unpassierbar sein und auch ansonsten bleibt es wieder zum Teil sehr unangenehm schwül warm. Doch schauen wir uns erstmal die Höchsttemperaturen vom gestrigen Donnerstag an. Und da gab es tatsächlich einen Hitzetag. Kitzingen 30,1 Grad, in Michelstadt 30,1 Grad, Jena in Thüringen 29,7 Grad, Mannheim 28,8 Grad, Nürnberg 28,7 Grad, Potsdam 28,6 Grad und in Bamberg 28,5 Grad. Und besonders im Westen, ihr habt es vielleicht gemerkt, da war die Luft sehr drückenschwül und sehr unangenehm. Da lagen diese 30 Grad in Michelstadt gefühlt bei 34 bis teilweise 35 Grad. Und in diesem Tropenwetter gab es dann, wie erwartet, die heftigen Gewitter. Punktuell kam da einiges vom Himmel. In Rütten, Nordrhein-Westfalen 50,6 Liter Regen pro Quadratmeter. In Bad Neuner, Ahrweiler, in Rheinland-Pfalz knapp 40 Liter. In Homburg, in Hessen 27 Liter. Steinau 25 Liter. Und Frankfurt am Main 22 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Punktuell war es noch mehr, aber da steht natürlich nicht überall eine Wetterstation. Wie geht es nun heute weiter? Das Tiefpeter ist bei uns. Das bringt uns weiterhin warme Luftmassen, aber im Tagesverlauf, vor allen Dingen im Westen und der Mitte, zum Teil wieder heftige Schauer und Gewitter. Und weiterhin kommen die warmen Luftmassen hier aus Südeuropa zu uns nach Deutschland geströmt. Was heißt das für unser Wetter heute Morgen? Da ist die Luft teilweise im Westen und Süden sehr dampfig. Es gibt Wolken, stellenweise erste Schauer. Auch im Norden ein paar Wolkenfelder, hier und da etwas Regen. Und zum Mittag, da blubbern die Wolken dann in die Höhe. Besonders hier im Westen, teilweise in der Mitte, wieder kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen. Sturzflutgefahr, Hagel und Sturmböen. Das Problem ist wie gestern, diese Gewitter kommen kaum von Ort und Stelle. Und der Regen fällt immer wieder am gleichen Ort runter. Und deswegen kommen zum Teil erhebliche Regenmengen zusammen. Ganz im Osten, da ist es entspannt mit viel Sonnenschein. Da bleibt es einfach nur freundlich. Und das auch zum Abend, da gibt es kaum Regen. Im Rest des Landes aber auch am Abend schwülwarm, immer wieder Schauer und Gewitter. Dabei gilt das gleiche wie gestern. Es wird nicht jeden treffen. In vielen Regionen bleibt es trocken. Aber dort wo die Gewitter abladen, da kann es ganz schön heftig zur Sache gehen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter bei euch in den kommenden Tagen weitergeht, dann ladet euch doch einfach mal unsere wetter.net Wetter-App runter. Den Link zum Download gibt es hier unten in der Videobeschreibung. Die Höchsttemperaturen heute 25 bis 28 Grad. Besonders hier im Westen, in der Mitte und im Süden schwülwarmes Wetter. Gefühlt nochmal 3, 4 Grad höher. Also richtig unangenehm. Etwas angenehmer im Norden und Osten. Hier ist es warm, aber eben nicht so drückend schwül. Die kommende Nacht zum Samstag sehr warm. 18 bis 14 Grad. Ich sagte es bereits, das waren vergangene Woche noch nicht mal die Höchsttemperaturen gewesen. Jetzt sind es die Nachttemperaturen. Und der Samstagmorgen bringt stellenweise Sonnenschein. Vor allen Dingen nach Norden und Osten, da ist es freundlich. Aber hier im Westen, da brodeln die Luftmassen schon wieder. Da bilden sich Quellwolken. Und zum Mittag geht das Spiel von vorne los. Zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Auch im Süden, später auch ein bisschen mehr nach Osten. Aber im äußersten Nordosten, da bleibt es immer noch freundlich. Und auch der Abend bringt zum Teil Schauer und Gewitter. Im Nordosten bleibt es immer noch trocken. Und die Höchsttemperaturen, die erreichen morgen Werte. Um die 25 bis 28 Grad. Nur hier im Westen, da bleibt es kühler. 22 bis 23 Grad. Aber hier sind die Luftmassen auch weiterhin sehr unangenehm schwül. Wir blicken auf das Sonntagswetter. Es gibt viele Wolken, stellenweise noch ein paar Schauer. Aber die Gewitter lassen deutlich nach. Es wird ein bisschen entspannter sein. Die Temperaturen im Nordosten immer noch sommerlich warm bis zu 26 Grad. Sonst kühler 17 bis 23 Grad. Aber die Luftmassen bleiben hier und da immer noch ziemlich schwül. Und der Blick auf das Wetter am Montag insgesamt relativ ähnlich. Viele Wolken, ab und zu mal ein paar Regenschauer. Und die Temperaturen am Montag, die ziehen schon wieder etwas an. Sie erreichen sommerliche 22 bis 26 Grad. Dann ist es aber nicht mehr ganz so schwül. Dann sind die Luftmassen einfach etwas angenehmer. Ja, und da kann in den kommenden Tagen einiges vom Himmel kommen. Hier mal die Regensummen bis zum Montagabend. Und wir sehen hier stellenweise im Westen bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Punktuell auch mal so Richtung Niedersachsen. Niederschlagsummen um die 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Richtung Sachsen-Anhalt auch sehr nass, diese Ecke. Das ist aber nur eine Momentaufnahme. Da könnte es besonders heftige Gewitter geben. Das kann sich natürlich alles noch mal ein bisschen verschieben. Nur der Nordosten, da kommt relativ wenig runter bis zum Montagabend. Gerade mal so um die 5 Liter Regen pro Quadratmeter. Und auch hier im süddeutschen Raum Richtung Alpenrand. Da kann einiges zusammenkommen bis Montagabend. Bis zu 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Wir blicken auf die Ensemble-Vorsagen, auf die Wettertrends der nächsten Tage. Zunächst für den Westen Deutschlands bis zum 19. Juni. Und wir sehen, es bleibt konstant bei dieser Wärme. In den kommenden Tagen meist so 24, 25 Grad im Mittel. Aber dann, so ab dem 12. und 13. Juni, da beginnt so ein bisschen das große Rauschen. Da haben wir einzelne Läufe, die sehen gerade mal Werte um die 15 Grad noch im Westen. Aber es gibt auch andere Läufe, die sehen bis zu 30 Grad, also Hitze. Da ist also wieder ein großes Fragezeichen dahinter, wie es nach dem 12. und 13. Juni weitergeht. Aber viel Niederschlag ist nicht in Sicht. Die Niederschlagssignale bleiben im Westen Deutschlands bis zum 19. Juni eher gering. Und wir blicken weiter auf den Osten Deutschlands. Hier wird es noch größer mit der Spannbreite. Die kommenden Tage meist so um die 25 Grad, dann so 23, 24 Grad. Und auch hier gibt es das große Rauschen ab dem 12. und 13. Juni. Einzelne Prognosen gerade mal um die 15 Grad. In der Mitte irgendwas zwischen 21, 22, 23 Grad. Und die Ausreißer gehen sogar rauf auf knapp 35 Grad. Also eine ausgewachsene Hitzewelle. Da ist also alles noch mit im Programm ab diesem 12. und 13. Juni. Da geht es spannend weiter. Und wir blicken auf den Norden Deutschlands. Auch hier relativ unspektakulär Anfangstemperaturen. Meist so um die 20 Grad, das sind die Werte an der Nordseeküste. Danach kühler Werte um 15, 16 Grad an der Nordsee. Ja und dann auch hier so ab dem 12. und 13. Juni so ein größeres Rauschen in Sicht. Das heißt, naja, im Mittel um die 15 Grad an der Nordsee. Aber einzelne Berechnungen gehen auf knapp 25 Grad. Und ein paar andere gehen noch ein bisschen unter die 15 Grad. Aber auch da ist ein großer Unsicherheitsfaktor mit dabei. Und auch für die Nordseeküste gilt, es gibt nur wenige Niederschlagssignale. Also meist sehr trockenes Wetter. Hier und da kann eben auch mal ein Schauer oder ein Gewitter mit dabei sein. Aber die großen Regensummen sind hier nicht zu erwarten. Apropos Regensummen. Wir schauen uns mal die Ensemble-Vorhersage an für den Süden Deutschlands. Und zwar ebenfalls bis zum 19. Juni. Und da sehen wir auch ein ziemliches Durcheinander. Und im Mittel werden da so um die 120 bis 130 Liter Niederschlag am Alpenrand erwartet. Bis zum 19. Juni. Der Hauptlauf geht sogar rauf auf über 180 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Dagegen gibt es wieder andere Läufe. Die gehen gerade bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Da ist also noch eine große Spannbreite auch bei den Regenmengen gegeben. Also es bleibt in den nächsten Tagen weiterhin sehr spannend, wohin die Reise geht. Es bleibt erst mal bis zum Wochenende, also morgen und auch noch am Sonntag sehr wechselhaft. Teilweise schwül warm, gewittrig mit Unwetterpotenzial. Vor allen Dingen heute kann es wieder den Westen und die Mitte Deutschlands ordentlich erwischen. Ja, das war's vom Wetter hier bei wetter.net. Ich hoffe, unser Wettervideo hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Kommt gut durch den heutigen Tag, durch das Wochenende. Tschüss und bis bald.